wir haben ja ab jackie ist schon abgehauen vermutlich wir ziehen uns auch so hinten ach so da war ja eine ki und so wie sie tun aus chic chic wenn man board this delinein service with delinein you leave your problems at the door bitch better fucking believe I will I see no reason why you should be using expletive what about that time I wanted to hire you for my cousin's bachelor party huh unfortunately we do not take on such contracts three months I'm scratch yeah water under the breach hit it down before we begin our journey I must verify the identities of all customers please proceed to connect your personal links thank you excelsior package aktiviert er hat aber so einen wührenden ausdruck gemacht so an see hang on watch this delinein initiate combat mode my apologies but you do not appear to be in any sort of imminent danger huh oh well okay you'll mow down an army of second ninjas if it comes down to it excelsior what else is included comprehensive health coverage including the handling and disposal of a client's remains should death occur on board damn you forgot that pretty quick this combat mode even legal of course it is the second amendment says so you are entirely within your rights to bear and use me Dex ain't skimpin is he thanks to you we're still getting a juicy 40% you're welcome excelsior I don't get overly excited excelsior I don't get overly excited this is what I want to get when I'm not get into the major leagues I hope I even have a bad feeling with Dex I wouldn't get overly excited hmm haven't gotten there yet not yet no jack it feels like you're losing that steel grip yours huh seems to me like it's you who's got some kind of problem I need you to keep your head clear and in the game we got a job to do it's never ever clear in my whole fucking life okay let me explain something to you to me my whole life I've spent in this shit around us and I ain't going back I'm always excited my friend I'm in doubt that for you it won't be so good hey how are things smooth as fucking sandpaper we'll be pulling up to the hotel soon listen set up a direct encrypted line to guide you to come back the ring jackie now see if we're in sync can't be too careful and hmm got static say something bug the greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity say what now Aristotle guess you read me then yeah I read you not so much your Greek friend but it was kind of exciting could give it some thought try to understand how about you read you loud and clear perfect okay tech checks out looks like then I'm going to see I don't know why one of the options just came out thank you for choosing the delamane service and best of luck I shall wait here for your return should finally happenin' almost forgot no iron huh alright Harry let's go night city joshka lorkin here and as always you ok I have no waffen more hold on I'm going to grab the flathead this is also a very unexpected box a very unexpected box we are in front remember reservations in your name Ramon you are there to meet Hajime Taki military test department rep papers are for the flathead don't worry got this I'm excited about this the spieling is great here huch welcome to kopecky plaza please come through single file you got it home uh sir hold on got something sir can I explain why you're bringing a combat bot onto kopecky plaza premises we're arms dealers excuse me ah you are here to see Taki-san yep please accept my apologies for the confusion this should only take a moment sir wow how much is this a fucking japanische kais is this kind of kais would you really mention would that really menace the name of the reservation is victorino double room two adults one night correct that's the one perfect Ich werde gleich und informieren Taki-San von deinem Begriff. Sch***, kein Problem. Nicht Teil des Planes. Talk her up, V. Stahl. Das wird nicht notwendig. Wir werden erst einmal freshen, informieren sie uns selbst. Aber Taki-San ist erwartet, nicht? Senorita, wissen wir wie lange wir reingehen? 18 Stunden aus New Barcelona. Mit dem Verlangen auf Medikey, Nette Lüge, wenn die funktioniert. Nette Lüge, wenn die funktioniert. Du bist in der Lapis-Lasley-Suite auf Level 42. Oh, noch eine kleine Formalität. Bitte validate, dein SID-Chip. Hunter ist all yours, Harry. Ja, die Hand auf die... Achso, hier. Hand auf die Tafel. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant day. Thank you. Okay, auf geht's. New Barcelona, really? It's called Improvising. You should try it. Improvising. What do you think, Harry? Hm? Quaint. Cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that convention. Don't need that, Jack. Enough. What? Have you taken this seriously? It's the world's most expensive model. The top of the line dolls. Marto looks too shabby. But nothing. Tututu. Come on, nicht auf die Kameras drauf. We don't do reservations weekdays, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar, if you prefer. Could bring Misty here one day, when we, uh, close this deal. You will, I'm sure. Now let's go check out our digs. They are more popular than you. If you don't sprint us. It smells like the tank. The air�ed out. Sorry for the air. You didn't feel free to grab your arms. How do I look? Like someone putting clothes on a dog. Okay. Yes, because you looked so much better. Hausmeister. Lapis Lazuli Suite. Du hast wirklich. Das ist mir. Wo ist das Schaft? Schau mal auf. Flattrumpf zu gehen? Ich habe einen Winner. Gut. Jackie, wie sieht das Flattrumpf aus? Alles klar. Terrarium Steuertafel. Sprinkler an. Wir haben hier Fernseher und Radio. In den Spiegel schauen. Ich bin schickt. Die Kiroshis. Aus dem Ohr. Blöööööö. Oh, die Frau. Ist das immer ein ganz anderes? Okay. Ich muss eine klare Sicht. Du kannst nicht nur die Leute aus ihrem Wohnen ziehen. Schau sie auf die nächste Richtung. Ich glaube, ich kann nur hier was machen. Das ist das aktive Tarnungssystem. Ah, den Kopf über geht auch. Das ist natürlich ganz nett. Eigentlich würden wir den nicht mehr sehen. Okay, der hat's mitgekriegt. Der Haus gibt es in meinem Weg. Es gab einen Distractor. Uh, schauen wir was auf der Subnet. Okay. Der Terrarium hat eine Kontrolle. Somehow, ich wundere mich. Was würdest du sagen für eine TV? Ich würde sagen, immer schauen. Holoprojektor, vielleicht? Nope. Der Terrarium hat eine Temperatur und Qualität. Oh, du bist ein noble Arasaka. Ja, das bedeutet, dass er die Flasche auf den Kopf ist. Okay. Also, die armen Tiere im Terrarium kaputt. Das wird weird. Ist aber nur kalt da drin. Was ist mit dem Tank? Hey Bug, es funktioniert. Ich habe noch nichts gesehen. Hast du keine Ahnung, wie viel diese Dinge kostet? Geh weiter. Keine Zeit für zurückpacken. Die gucken logischerweise in die Steuertafel. Die gucken logischerweise in die Steuertafel. Ein bisschen Point-and-Click-Adventure jetzt. Weil wir so indirekt steuern. Interessant. Ein ganz anderes Gameplay zwischendrin. Okay. Dweller ist einfach nach der Tür. Flathead kann Jimmy the locken. Das ist einfach noch. Oh, okay. Das ist einfach. Ich habe einen anderen Bezug auf die Tür. Ich habe einen anderen Bezug auf die Tür, aber es ist verletzend. Ich möchte sie verletzend? Ja. Mal schauen, die CCTV-Ange hat. wir verliegen uns also mit dem mit der kamera davor wir gehen jetzt? es nutzen die Flatt Heine, die Flatt Heine zu schicken ich ihn mit dem Demen, die alten Lingo, nicht fragen Dweller wird nicht wissen, dass etwas passiert wird es direkt in die Tür er wird nicht wissen, was ihn zu schicken könnte ein Tank durch hier und er würde nicht fühlen das in der Welt zu schicken Sie müssen die Flatt Heine zu schicken Ja, da hast du es geschafft. Okay, wir haben das Problem, dass die Tür zum Dweller nicht aufgeht, sprich der, der eingeklinkt ist und wirklich die Systeme überwacht. Wir müssen also irgendwie da rein, weil wir ihn eigentlich grillen wollen, während der eingeklinkt ist. Okay, und aus irgendeinem Grund ist jetzt, also hier ist, mit dem ist er okay, mit dem Durchgang, der war irgendwie, der war nicht aufsichtig, wollte ich mir erzählen. Okay, dann haben wir uns ausgelockt und wir sollten jetzt das System gegrillt haben. Bisschen wir so ausgeschaltet. Bisschen wir so ausgeschaltet. Was denkst du? Warum hast du das alles gemacht? Hm? Wer hat was gemacht? Aber wenn man die Liebe nicht hat von Papa? Was denkst du? Ja. Ja. Was? Ja. Was? Ja. Oh! Das war's! Okay, nice! Wir sind zurück in Bizz. Sicherheit ist neutralisiert. Perfekto. Wir beginnen den Show. Hey, Bug. Wo sind wir? 3,5 Stunden. Ja... Wie ist das Stück auf die Hände? Das ist das meiner? Ja... Ich weiß. Jetzt ist die Chance für mich. Wo bleibst du denn? Jackie! Gib Gummi! Junge! Meine Fräschülle! Du bist ja eine lahme Krücke! Holy moly! Äh, Mate, ich bin schon da. Willst du da reingehen? Danke. Ähm... Da will ich hin. Da will ich hin. Oh, du wirst ja noch nicht. Du willst, äh... Du willst zu hören? Jetzt? Okay. So, warum hat der Rockerboy's Output ihn aus dem Apartment? Weil er nicht in die Hände. Haha! Jesus Christ! Ha! Und die Pistole! Sieht so aus wie, Yoranogu ist als Partys-Gift. Nicht viel! Aber es wird es tun. Was jetzt? Check in dein Personal und mach uns riech! Auf es! Okay... Wir müssen das verlinken... ... und der Typ in der Lobby ist gerade abgehauen oder verschwunden von den Sensoren. Oh, oh! Oh, shit! Ich auch nicht! Wie lange, Tee? Shit! Du bist in Nobu's Pithouse-Bound. Fuck ihn! Open das Sein! Almost got it. Done! Freem! Let me look to this, huh? Relic intact? Bio-Shard Integrity... 100%. Ich glaube, das ist ein Ja. Das ist... Gut! Let's go! Fuck! Too late! Yoranogu ist bereit zu gehen! Beine Koffer! Wo? Das... Du verdammt schuldig! Nein! Inside! Jetzt! In Smart... ...TV... Oh, shit! Was ist das Spiel? Wir warten! Sind sie noch hier? Sie kommen von der Laufbahn? Was sind sie darüber gesprochen? Bug, wer kommt? Nuh-uh. Kein fucking Weg. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Saburo Arasaka? Der Emperor? Und noch eine letzte Legende, Shush. Das könnte es sein. Ehan. Anzeige, die sich erstellt. Die Frau schonin gefällt. ... ... Oh, fuck! Bordest du sie hier? Der Redux. Der Redux. Der Redux. Ich bin mein Vater. Ich bin mein Vater. Ich bin mein Vater. Ich bin mein Vater. Uns wäre direkt aufgefallen, dass es weg ist. Zu nahe? Fiedis hat uns ausgelöst. Wenn er es getan hat. Noch nicht. Unfuckin' believable. Sapporo Arasaka. Jajajajaja. Wieses Urteil. Wieses Urteil. Wieses Urteil. Wieses Urteil. Ja, das ist japanisch. Der Vorsteller wird eingehämmert. Der Vorsteller wird eingehämmert. Zur Stãos. Das ist japanisch. Das Gehämmertus. Was geht? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die sind Kronenspielern, Zupi. Will ich ihn jetzt wirklich umbringen? Das haben wir jetzt live gesehen. Dabei sind wir Zeugen, wie er seinen Vater gekillt hat. Warum hat er seinem Sohn vertraut, wenn wir so eine schlechte Beziehung zueinander haben? Ich wünsche mir, ich wünsche mir das Hotel in Lockdown zu setzen. Ich wünsche mir das Hotel in Lockdown zu setzen. Gut, man sieht doch, ob er gewirkt wurde. Hörlöbüß. Aber... ...Fakemur, was du dein Job? Was hast du? Was ist das? Es ist einfach, was du? Was ist das? Hörlöbüß! Es ist nur ein Frage. Ich bin der Körlöbüß, Herr Arasakak. Jetzt wird er, um die Körlöbüß zu beherrücken. Bitte sehr, Herr Arasakak. Ich bin der Körlöbüß. Ich bin der Körlöbüß. vergiftet bürge mal am halsmann vergiftet fuk bug need you get us out of your window Okay, got something. Window, now! Window! Window? Releasing the lock. Should see a ladder. Ladder. Oh, fuck. Oh, no, 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 not now! I've been made! Fuck! Vichidio santo bendito! Just lost tea! Fuck, it made you weeks. Happy now, Jackie? Jackie. Look down. Yep! That's fuckin' high! Shit! That trauma? If they're here for Saburo, they're a little late.